Wir werden diese Formel, die man newtonsches Benom nennt, durch vollständige Induktion beweisen. Beginnen wir mit n gleich 1. Wenn n gleich 1 ist, dann lesen wir a plus b hoch 1, a plus b hoch 1 ist gleich zur Summe dieser Termen, wenn j von 0 bis 1 geht. Wenn j 0 ist, lesen wir c 1 0 mal a hoch 1 minus 0 mal b hoch 0, also so. Dann kommt das Plus, es ist ja eine Summe. Jetzt wird j 1 und wir lesen c 1 1 a hoch 1 minus 1 mal b hoch 1, also so. c 1 0, das macht 1, b hoch 0, das macht auch 1, also steht hier 1 mal a mal 1, das heißt b, c 1 1 macht 1, a hoch 0 macht auch 1, also steht hier 1 mal 1 mal b, das heißt b. Und natürlich ist a plus b hoch 1, dasselbe wie a plus b. Die Formel ist also bewiesen für n gleich 1. Jetzt nehmen wir an, dass diese Formel stimmt, für eine beliebige natürliche Zahl k, also nehmen wir an, dass diese Gleichheit stimmt und anhand dieser Induktionshypothese werden wir beweisen, dass die Formel auch stimmt für k plus 1. Wir werden also anhand dieser Hypothese beweisen, dass diese Formel für a plus b hoch k plus 1 ebenfalls stimmt. Also starten wir mit a plus b hoch k plus 1, das zerlegen wir zuerst in a plus b hoch 1 mal a plus b hoch k. Warum machen wir das? Weil wir wissen, dass a plus b hoch k gleich zu dieser Summe ist, durch die Induktionshypothese. Also können wir diese Potenz von a plus b durch diese Summe ersetzen, ist gemacht. Jetzt schreiben wir diese Summe im Detail auf, so. Wenn j 0 ist, dann lesen wir c k 0 a hoch k minus 0 mal b hoch 0, das ist dieser Term. Dann plus, es ist ja eine Summe, jetzt wird j 1, wir lesen c k 1 a hoch k minus 1 mal b hoch 1, das ist dieser Term. Und immer so weiter, bis zum letzten Term, das ist, wenn j gleich k ist, wir lesen c k k a hoch k minus k mal b hoch k. Das ist genau der Term, der da steht. Jetzt werden wir a und b auf diese Summe verteilen. Zuerst a. Diese Summe mit a multiplizieren, bedeutet, alle Exponenten von a um 1 erhöhen. Zack, ist gemacht. Jetzt wird diese Summe noch mit b multipliziert. Diese Summe mit b multiplizieren, bedeutet, zu allen Exponenten von b 1 addieren. Zack, ist gemacht. Und jetzt schauen wir uns diese Summe etwas näher an. Schauen wir den ersten Term, dieser da. Dieser Term enthält die Potenzen a hoch k plus 1 mal b hoch 0. Diese Potenzen kommen aber in der Summe nirgendwo anders vor. Das bedeutet, diesen Term schreiben wir einfach ab. Schauen wir den nächsten Term. Dieser da. Dieser Term enthält die Potenzen a hoch k und b hoch 1. Diese Potenzen finden wir wieder hier. In diesem Term stehen dieselben Potenzen a hoch k und b hoch 1. Also setzen wir diese zwei rot unterstrichenen Termen zusammen und klammern in dieser Summe a hoch k mal b hoch 1 aus. So, schauen wir den nächsten Term. So, schauen wir den nächsten Term. Der nächste Term ist dieser da. Der nächste Term enthält die Potenzen a hoch k minus 1 und b hoch 2. Dieser Term aber auch. Der wird also ebenfalls blau unterstrichen. Wir setzen diese zwei blau unterstrichenen Termen zusammen und klammern die Potenzen von a und b aus. ist gemacht. Der nächste Term, der hier hinter dem Plus kommt, der passt gut zusammen mit diesem da. Und das geht dann immer so weiter, daher diese drei Pünktchen. Der nächste Term, der hier steht, passt sehr gut zusammen mit dem Term, der da vor diesem Pluszeichen steht. Auch das ist in diesen drei Pünktchen enthalten. Jetzt machen wir weiter mit diesem Term. Der enthält die Potenzen a hoch 2 und b hoch k minus 1. Dieser Term aber auch. Also setzen wir die beiden zusammen, klammern die Potenzen von a und b aus und erhalten so diesen Term. Jetzt machen wir genau dasselbe mit diesem magenta unterstrichenen Term und diesem da. Auch da können wir die Potenzen von a und b ausklammern. Und jetzt bleibt noch dieser letzte Term. Dieser Term enthält die Potenzen a hoch 0 und b hoch k plus 1, die nirgendwo anders in dieser Summe vorkommen. Also schreiben wir diesen letzten Term einfach ab. Jetzt schauen wir uns diese Klammern an. Diese Klammern erinnern selbstverständlich sehr stark an diese Formel von Pascal. Die können wir jedes Mal anwenden. Und somit schreibt diese lange Summe sich in dieser Form. Jetzt schauen wir nach, was wir hier haben. Und was wir gerne hätten. Wir hätten gerne diese Summe für j von 0 bis k plus 1. Wenn j 0 ist, hätten wir gerne im Term c k plus 1 0, a hoch k plus 1 minus 0 mal b hoch 0. Wir haben a hoch k plus 1 minus 0 und auch b hoch 0. Aber wir hätten hier gerne c k plus 1 0. Wir haben aber c k 0. Das ist best. Dann schauen wir uns den nächsten Term an. Wenn j 1 ist. Wenn j 1 ist, dann hätten wir gerne c k plus 1 1, a hoch k plus 1 minus 1, b hoch 1. Das ist ganz genau der Term, der da steht. Auch der Kombinationskoeffizient stimmt. Dann schauen wir, wenn j 2 ist. Dann hätten wir gerne den Term c k plus 1 2, a hoch k plus 1 minus 2 mal b hoch 2. Das ist genau der Term, der da steht. Und immer so weiter bis zum vorletzten Term, wenn j k ist. Wenn j k ist, hätten wir gerne den Term c k plus 1 k, a hoch k plus 1 minus k mal b hoch k. Das ist genau dieser vorletzte Term. Im letzten Term ist j k plus 1. Wir hätten also gerne c k plus 1 k plus 1, a hoch k plus 1 minus k plus 1 mal b hoch k plus 1. Die Potenzen von a und b stimmen. Aber dieser Koeffizient nicht. Wir hätten gerne c k plus 1 k plus 1 und wir haben c k k. Was also bedeutet, alle Termen stimmen, außer der erste und der letzte. Beim ersten Term haben wir c k 0 und wir hätten gerne c k plus 1 0. Aber c k 0, das macht 1. Und c k plus 1 0 auch. Da diese beiden Zahlen gleich 1 sind, können wir diesen Koeffizienten c k 0 einfach ersetzen durch c k plus 1 0. Also haben wir den ersten Term, so wie wir ihn gerne hätten. Jetzt der letzte. Hier steht c k k, das ist 1. Und wir hätten gerne c k plus 1 k plus 1. Aber was wir gerne hätten, ist auch 1. Also können wir diesen Faktor ersetzen durch c k plus 1 k plus 1. Und dann, wenn wir das gemacht haben, dann haben wir die Summe genauso, wie wir sie gerne hätten. Also diese Summe können wir jetzt wieder mit dem Summenzeichen schreiben, was den Beweis vom Newton'schen Binom beendet. Und dann, wenn wir den Beweis vom Newton'schen Binom beendet haben, und dann, wenn wir die Summe genau hier nicht wissen,